Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüsse Sie recht herzlich hier im Talk im Turm. Schön, dass Sie da sind. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Gesund sterben, was uns die Medizin der Zukunft bringt. In den Labors der Universität Zürich wird heute an der Medizin von morgen, an der Medizin der Zukunft geforscht. Doch was bedeutet das? Was bedeutet dieser medizinische Fortschritt für uns? Was dürfen wir von der Medizin morgen erwarten? Und mit welchen Risiken müssen wir allenfalls rechnen? Solche und andere Fragen möchten wir in der nächsten Stunde mit zwei Wissenschaftlern diskutieren, die sich selbst an dieser Suche nach innovativen, neuen Therapien, besonders für die Krebsbekämpfung, beteiligen. Zum einen möchte ich begrüssen Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist Professorin für Anästhesiologie an der Universität Zürich, arbeitet unter anderem auch am Zentrum für integrative Humanphysiologie. Ihr Forschungsgebiet ist die Nanomedizin. Was es mit dieser Nanomedizin auf sich hat, wird sie uns in der nächsten Stunde unter anderem erklären. Zum anderen begrüsse ich Herrn Moch. Holger Moch ist Professor für Pathologie an der Universität Zürich und Direktor des Instituts für klinische Pathologie am Universitätsspital Zürich. Holger Moch beschäftigt sich mit der Frage, wie aufgrund einer detaillierten und auf modernster Technologie basierender Genanalyse Krebs gezielter behandelt werden kann. Die Diskussion wird von meinem Kollegen Thomas Gull und von mir moderiert. Roger Nikl ist mein Name. Wir sind die beiden Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Wie immer ist das Dossier dieses Magazins auch Thema des Talks im Turm. Im Magazin werden Sie, wenn Sie Interesse haben, noch mehr Themen zur Zukunft der Medizin finden. Wir werden jetzt in die Diskussion steigen, die eben nicht mehr eine Stunde dauern wird. Nachher haben Sie die Gelegenheit, die Fragen, die sich während des Gesprächs Ihnen gestellt haben, unseren Gästen zu stellen. Frau Beck-Schimmer, Sie arbeiten mit magnetischen Nanopartikeln, forschen mit magnetischen Manopartikeln. Was dürfen wir denn von Ihrer Forschung erwarten? Wir haben vor allem zwei Schwerpunkte in Bezug auf diese Nanopartikel. Das eine ist die Blutreinigung. Das möchte ich jetzt hier gar nicht gross erläutern. Also alle möglichen Substanzen aus dem Blut mittels dieser magnetischen Nanopartikel entfernen zu können. Und das andere, und ich glaube, das passt dann sehr gut hier zu diesem Thema, ist eben gezielt, indem man über einen Magneten diese Nanopartikel zu einem Tumor zu dirigieren. Die Nanopartikel, die dann je nachdem eben zum Beispiel mit Chemotherapeutika versehen sind, sodass man ganz lokal über den Magneten diese Partikel mit den Chemotherapeutika zum Tumor dirigieren kann. Oder andersrum gesagt eben, man versucht möglichst Nebenwirkungen zu vermeiden. Genau. Was bringt uns das als Patient, als Patientin, wenn Sie diese Medikamente gezielter an diesen Ort bringen können? Was haben wir da für einen Vorteil daraus? Eben, man kann erwarten, wenn das Chemotherapeutika sind, dass der Patient natürlich oder die Patientin viel weniger Nebenwirkungen hat. Was das heute der Fall ist. Ja. Und was treibt Sie an in Ihrer Forschung? Was motiviert Sie? Die Neugier. Die Neugier der Biologie, ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Und ich habe immer so das Gefühl, ich bin in einem See oder einem Meer und dann tauche ich ein bisschen unter und noch ein bisschen mehr und ich denke, oh, jetzt bin ich aber schon ganz tief. Und dann komme ich wieder an eine Stelle, da sehe ich keinen Grund mehr. Und das motiviert mich noch mehr, da in die Tiefe zu tauchen. Gut, und wir werden Sie heute ja bei diesem Tauchen auch noch ein bisschen begleiten. Sie werden uns noch ein bisschen besser erzählen, was Sie genau machen. Haben Sie eine Ausrüstung dabei? Ich folge Ihnen einfach und vertraue Ihnen, dass Sie wissen, wo es lang geht. Obwohl Sie das ja offenbar auch nicht immer ganz genau wissen. Herr Mohr, Sie analysieren Gewebeproben von Tumoren. Was können wir von Ihrer Forschung erwarten für unsere Gesundheit? Also unser Ziel ist in der Forschung, Tumoren immer genauer zu diagnostizieren und immer mehr Informationen liefern zu können, dass wir sie in Zukunft viel genauer und besser behandeln können und möglichst nebenwirkungsfreier. Und was fasziniert Sie persönlich an Ihrer Forschung? Was ist Ihre Motivation? Zumindest ist es sicherlich ähnlich, wie du es gesagt hast, dass man versucht, an Grenzen zu kommen. Und bei Tumorforschung ist es immer das Ziel, die Patienten zu heilen, ihnen etwas zu ermöglichen, was früher nicht ermöglich ist, denn das bringt die Medizin voran, dass wir dort Einzelschicksale verändern können. Es ist das Heilen, das heisst konkret, das Ziel ist eben gezielter auf Krebsgeschwüre, auf Tumoren eingehen zu können, diese gezielter zu behandeln. Das ist ein Ziel, das Sie beide haben, das Sie auch beide antreiben in der Forschung, im Mittel zu finden, wie das möglich ist. Wir haben es jetzt schon gehört, Frau Beck-Schimmer, Sie arbeiten an einer Technologie, die es eben ermöglichen soll, Tumoren mit Nanopartikeln direkter anzugreifen. Sie haben uns jetzt solche Partikel mitgebracht. Können Sie uns ein Bild geben? Können Sie uns die zeigen, dass wir uns etwas genauer vorstellen können unter diesen Nanopartikeln? Müssen wir noch ein bisschen Licht machen, damit wir das besser sehen? Ja, ist gut so. Okay, Sie sehen hier in diesem Plastikbehälter, ich schüttle jetzt das mal, ich mache das hier. Sie sehen, das ist ganz schwarz. Das ist eine Unmenge von Nanopartikeln, von magnetischen Nanopartikeln, die sich da in dieser Lösung verteilen. Und wenn ich jetzt den Magneten hinhalte, ich hoffe, Sie sehen das, dann sehen Sie, wie sich die Nanopartikel an der Wand beim Magneten sammeln, klumpen. Und wenn ich jetzt den Magneten wegnehme, dann tauchen sie wieder unter. Ich kann es nochmal wiederholen, vielleicht, wenn es noch nicht so perfekt war. Also, Sie sehen hier ganz schwarz, jetzt kommt der Magnet hin, die sammeln sich. Und wenn ich den Magneten wegnehme, dann fallen die zusammen und gehen wieder. Haben Sie eine Ahnung, wie viele dieser Partikel jetzt in dieser Lösung drin sind? Das weiss ich nicht, das ist eine gute Frage. Also ich muss auch sagen, ich bin Medizinerin. Also Tausende oder Millionen? Ja, sicher Millionen. Ich bin Medizinerin und ich bin nie zuständig für die ganzen Materialien. Das ist noch wichtig, dass man sich immer genau dort sieht und die Kompetenz sieht, wo man zuständig ist. Das ist umgekehrt. Mein Kollege von der ETA, der die Nanopartikel herstellt, der wird sich auch, glaube ich, nie jetzt in so einem Gremium bewegen oder Auskunft geben über ein medizinisches Thema. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt einer solchen Zusammenarbeit. Das muss jeder wissen, wo die Kompetenzen sind. Jetzt sind eben diese Teile wahnsinnig klein. Wie klein ist das? Können Sie uns eine Vorstellung geben, wie klein ein solches Nanopartikel ist? Also, für eine Definition ist ein Nanopartikel kleiner als 100 Nanometer. Und unsere Partikel sind jetzt 30 Nanometer. Ich kann das mal zeigen. Wir haben das ein bisschen vereinfacht dargestellt. Die Nanopartikel, mit denen wir arbeiten. Es gibt eine Unzahl von Nanopartikeln von verschiedenen Arten. Es gibt auch natürliche Nanopartikel, selbstverständlich. Aber wir haben magnetische Nanopartikel, die innen aus Eisen sind. Und drumherum gibt es eine Kohlenstoffschicht, damit das Eisen nicht sofort oxidiert, habe ich mir sagen lassen. Braucht es diese Schicht? Und dann die blaue Schicht, die trägt man auf, um dann alle möglichen Substanzen draufbinden zu können. Und das Tolle an den Partikeln ist, sie sind so winzig, aber sie haben im Vergleich zu ihrer Grösse eine unglaubliche Oberfläche. Und da kann man eben alles Mögliche dranhängen. Man kann Medikamente hier, wie diese roten Pöppel draufkleben. Man kann Antikörper draufkleben, also Proteinfänger. Man kann sie farblich markieren und detektieren. Man kann Kelatoren drauf tun, um Blei oder irgendwelche Metalle aufzufangen, etc. Und die Idee ist jetzt eben die, dass man jetzt zum Beispiel ein Medikament, ein Krebsmedikament zum Beispiel auf diesen Nanopartikel setzt und dann, weil er magnetisch ist, an den richtigen Ort bringen kann. Können Sie uns das ein wenig genauer erklären, wie man sich das vorstellen muss? Wir haben das vor allem in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen der Vistral, der Bauchchirurgie, diskutiert. Es gibt in der Tat zum Beispiel Lebertumoren, die sind so gross oder liegen so ungünstig in Gefässnähe, sodass man nicht primär operieren kann. Das heisst, man muss den Tumor von der Grösse her reduzieren. Das kann man eben über eine Chemotherapie machen, die aber sehr belastend ist für den Patienten. Das sind ja auch oft mehrere Zyklen dann. Das ist auch nicht ganz ohne für die restliche Leber, die oft auch einen Schaden nehmen kann. Und wir haben uns überlegt, dass man eben, wenn man sich jetzt etwas bildlich vorstellt, einen Lebertumor, man setzt durch die Haut Magneten in diesen Tumor und könnte dann theoretisch, wir sind da erst bei der Theorie natürlich, kann man in der Nähe von der Leber auch wieder durch die Haut mit dem Katheter diese Nanopartikel beladen mit dem Chemotherapeutikum ins Gefäss applizieren, sodass die Strecke zwischen Applikationsort und Tumor sehr gering ist und entsprechend die Magnete dann eben über den, die Nanopartikel über den Magneten gefangen werden beim Tumor und dort wirken. Und jetzt sind Sie mal im Körper, diese Nanopartikel, aber da gehören Sie eigentlich nicht hin. Wie kommen Sie denn wieder raus aus dem Körper? Ja, die bringt man nicht mehr raus, glaube ich, jetzt in diesem Szenario. Das ist eben jetzt die Frage und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur die Chancen evaluiert, sondern auch die Risiken. Und ich stehe dazu, wir haben auch schon darüber diskutiert, wir sind natürlich immer total fasziniert von den Möglichkeiten, die wir haben. Es gibt auch diesen Nano-Hype, aber auch von einem Bundesprogramm unterstützt, über den Nationalfonds finanziert, gibt es dann ein Programm Chancen und Risiken von Nanomaterialien. Und da sind wir eben darauf bedacht zu schauen, wo sammeln sich diese Nanopartikel an. Im Gefäss, gehen sie in die Gefässwand, evozieren sie eine Entzündung oder gar gehen die Gefässzellen kaputt, etc. Das werden Sie noch erforschen, wir sprechen auch darüber später noch in diesem Gespräch, also über die Chancen und die Risiken, die damit verbunden sind. Also wichtig ist aber einmal, man kann das gezielt einsetzen, man kann sie da hinbringen, man bringt sie aber nicht mehr raus. Die Frage ist dann, ob das irgendwie schlecht ist für unsere Gesundheit oder nicht. Darüber sprechen wir nachher noch. Herr Moch, wenn Sie das hören, Sie beschäftigen sich auch mit der Krebsbekämpfung auf einer anderen Ebene. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten mit diesen Nanopartikeln? Können Sie sich vorstellen, dass das etwas bringt? Also spannend ist zumindest der neue Ansatz, ein Medikament in den Körper zu bringen. Also dass man gezielt den Tumor bekämpfen kann. Die herkömmlichen Therapien richten sich ja irgendwie gegen alle Zellen im Körper und im Organismus und haben damit Nebenwirkungen. Ich glaube, das ist ein Ansatz, um weniger Nebenwirkungen zu produzieren. Und das wäre ja auf jeden Fall auch etwas, was wünschenswert wäre. Das ist das Ziel jeder Behandlung, möglichst gezielt und möglichst mit wenig Nebenwirkungen an den Tumor heranzukommen. Jetzt Sie selber analysieren ja mit modernster Technologie die Gene von krankem Gewebe. Also Sie bekommen krankes Gewebe angeliefert im Labor, Sie analysieren das. Was kann man denn in solchen Genen lesen, wenn man so krankes Gewebe bekommt? Wir können sehr viel lesen. Wir können daraus entnehmen, wie der Tumor zu diagnostizieren ist und welchen Typ des Tumors es handelt. Aber was in den letzten Jahren zunehmend kommt, ist, dass wir prognostische Daten ablesen können. Also wie schnell er metastasiert, vielleicht wie aggressiv er ist und neu ist, dass wir auch ablesen können, welche Medikamente wir vielleicht einsetzen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren dramatisch geändert. Jetzt arbeiten Sie ja mit Chips oder mit Computerchips. Sie haben so einen mitgebracht. Können Sie uns den mal zeigen und erklären, wie der eingesetzt wird? Das ist so ein vom Prinzip Chip. Und das Interessante ist, dass jetzt auf diesem Chip kleine DNA-Segmente sozusagen angeordnet sind. Und wenn wir jetzt DNA-Fragmente aus dem Tumor isolieren und auf diesen Chip dann vom Prinzip raufpacken, den Chip in eine Maschine stecken, dann kann das gesamte Genom vom Prinzip angeschaut werden und gesagt werden, welches Gen macht jetzt diesen Tumor so böse. Und was bedeutet das für die Therapie dann schlussendlich? Also Sie lesen eben, Sie machen wirklich so eine detektivische Analyse der krankmachenden Gene dieser Mutationen. Wenn Sie die herausgefunden haben, was ist dann die Konsequenz? Dass wir ein gezieltes Medikament nehmen. Also in den letzten Jahren hat sich das Herangehen an den Tumor sehr stark geändert. Früher sprach man von dem Lungenkrebs. Heutzutage gibt es den Lungenkrebs nicht mehr, sondern wir haben wirklich für das Individuum, für den einzelnen Patienten eine bestimmte Genveränderung und können dann gezielt sagen, welches Medikament kommt für den Patienten in Betracht. Gibt es dann auch, also eben bei Ihnen beiden ist dieser gezielte Zugang das Thema. Gibt es jetzt auch für Sie, können Sie profitieren von der Forschung, die Frau Beck, die jetzt Herr Moch macht? Von dieser detaillierten Genomanalyse, hat die Relevanz für Ihre Forschung? Ja, absolut. Eben, es werden vielleicht auch gewisse Rezeptoren detektiert und entsprechend können dann die Medikamente oder sagen wir ja zum Beispiel einen Hormonrezeptor, kann man dann Hormone eben draufladen in der Hoffnung, dass man eben dann gezielt nur diese Krebszellen behandeln kann. Oder man muss sich immer vorstellen, ich sage jetzt das als Nicht-Onkologin, ich bin nur Anästhesistin, wie Sie eingangs gehört haben, aber ich stelle mir vor, mit einer generalisierten systemischen Chemotherapie schaltet man ja wahrscheinlich im Immunsystem auch gute Zellen runter, die den Krebs allenfalls bekämpfen würden. Und das heisst, mit einer wirklich fokussierten Therapie kann man da vielleicht eben auch den restlichen Körper besser erhalten. Das scheint mir wichtig zu sein. Jetzt haben Sie ja, Herr Moch, tatsächlich auch schon Erfolge gefeiert. Es gibt wirklich sehr sehenswerte Resultate in dieser gezielten Krebsbekämpfung. Welche Krebsarten können Sie denn heute aufgrund Ihrer Genomanalyse gezielt und erfolgreich behandeln? Also die große Erfolge sind in den letzten Jahren, das liegt jetzt schon etwa zehn Jahre zurück beim Mammakarzinom, haben dort stattgefunden, dass wir mit dem Medikament Herzeptin etwa 20% der betroffenen Frauen zumindest ein Therapieangebot machen konnten. Was in den letzten fünf, sechs Jahren sich geändert hat, sind beim schwarzen Hautkrebs, also beim Melanom und beim Lungenkarzinom, dort gibt es neue Medikamente, wo wir also dramatische Behandlungserfolge gesehen haben, dass also Metastasen, das heisst Tochtergeschwülste, nach Behandlung wirklich verschwunden sind. Es gibt leider immer wieder... Vorher war man chancenlos gegen solche. Man war chancenlos. Man hat allgemein die Chemotherapien eingesetzt, die starke Nebenwirkungen hatten. Aber wir sehen jetzt Fälle, wo also bei einzelnen Patienten die Tumoren nahezu verschwinden, oftmals leider wiederkommen, aber trotzdem für den Betroffenen ist das ein riesiger Erfolg. Das ist sicherlich ein Durchbruch in der Medizin. Aber das Neue ist eben, dass wir die Medikamente einsetzen nur bei den Patienten mit einer bestimmten Genveränderung. Und die müssen wir herausfinden mit diesen Chips. Ja, okay. Jetzt haben Sie, das nimmt mich jetzt noch wunderbar, Sie haben die Nebenwirkungen angesprochen. Wie sieht das jetzt aus? Also Chemotherapie weiss man, ist eine chemische Keule. Da macht man, wenn man Glück hat, ist der Tumor dann weg oder kann man den bekämpfen. Aber vieles andere geht auch kaputt dabei. Es gibt sehr viele Nebenwirkungen. Wie sieht es denn aus bei diesen gezielten Eingriffen? Da gibt es auch weniger oder fast keine Nebenwirkungen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wir gehen jetzt sehr spezifisch in die Krebszelle hinein. Man muss sich die Krebszelle vorstellen wie einen bestimmten Schaltkreis. Und mit diesen Medikamenten greifen wir an einem bestimmten Punkt des Schaltkreises ein, sodass die Krebszelle abstirbt. Und das ist jetzt das Neue an dieser Behandlung. Es gibt andere Möglichkeiten, wo wir die Oberfläche der Zelle behandeln und dadurch die Krebszelle abstirbt. Aber mit diesen neuen Medikamenten können wir den Tumor zumindest über einen gewissen Zeitraum bekämpfen. Und das ist das Spezifische, dass wir nicht die normalen Zellen mehr so angreifen. Jetzt ist es aber nach wie vor so, es sind ganz wenige, im Vergleich zu dem, was man so beobachten kann an Krebsgeschwüren, nur ganz wenige Tumoren, die man momentan so erfolgreich behandeln kann. Weshalb ist es dann überhaupt so, dass es so schwierig ist, eben gezielt zu behandeln? Ja, die Tumorzelle ist leider äusserst clever, muss man sagen. Die Tumorzelle überlegt sich permanent neue Wege, wie sie diesen Therapien entkommen kann. Es gibt die sogenannte Resistenzentwicklung, wo wir dort einzelne Zellen im Tumor wiederum Umgebungskreisläufe finden, sodass dieser Schaltkreis umwandert wird. Und dann muss man sich überlegen, ob man jetzt nicht Kombinationstherapien einsetzt. Aber das ist Sache der Onkologen. Wird sich das ändern mit der Zeit? Wir reden ja auch von der Zukunft und das ist ja Ihre Hoffnung, nehme ich auch an, dass sich eben die Anwendbarkeit jetzt vergrößert. Wie sieht da die Perspektive aus für die Zukunft? Also sicherlich haben wir in der Pharmaindustrie jetzt noch viele weitere Medikamente in der Pipeline, die werden kommen. Aber das Problem ist, dass wir in den Tumoren nicht mehr, wie ich vorhin eingangs sagte, den Tumor haben, sondern dass jeder individuelle Tumor sehr speziell ist. Genau wie alle, wie wir hier sitzen, sehr individuell sind, so sind auch die Tumoren äußerst individuell. Und wir müssen jetzt mit diesen Medikamenten versuchen, die spezifischen und die seltenen Veränderungen herausfinden, für die wir Medikamente haben. Und wenn wir jetzt vielleicht ein Set von 60, 70 verschiedenen Medikamenten haben, dann müssen wir aus diesen 60 Medikamenten das herausfinden, was für den einzelnen Patienten zutrifft und die beste Wirksamkeit bei geringster Nebenwirkung haben. Und das ist jetzt das Spannende an der neuen Forschung, dass wir jetzt also viel mehr Möglichkeiten haben, aber noch gezielter die Diagnostik treiben müssen, sodass wir dann für den Patienten eine individualisierte Therapie herausfinden. Das versteht man jetzt unter der sogenannten Präzisionsdiagnostik oder Präzisionstherapie beziehungsweise individualisierten Therapie, dass wir auf den Patienten ein bestimmtes Medikament abstimmen aufgrund der genetischen Veränderungen im Tumorgewebe. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, man ist ja heutzutage auch viel zu Glück aggressiver. Also früher hat man vielleicht Patienten mit bereits Ablegen, mit Metastasen, hat man gar nicht mehr behandelt oder palliativ behandelt. Auch da ist man natürlich sehr viel weiter, dass man sagt, okay, der Tumor ist schon so weit fortgeschritten, hat sich bereits im Körper verteilt, dass man eben auch die Patienten versucht zu therapieren. Und da ist ja immer die Frage, wenn ich das richtig verstehe, lassen sich die Metastasen wie der Primärtumor behandeln oder verändern die sich? Das ist sicher auch nochmal eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Also das ist, was wir eben jetzt auch wissen, dass oftmals in den Tochtergeschwülsten diese einzelnen Zellklone sich vermehrt haben, die besonders aggressiv sind. Und wir jetzt die genetischen Untersuchungen und Testungen auch in dem Metastasengewebe durchführen müssen, um dann zu sehen, was macht diesen Tumor so aggressiv. Denn der Tumor ist eine sehr bunte Durchmischung von Zellen. Das ist eine Vielzahl verschiedener Zellen mit unterschiedlichen genetischen Veränderungen. Das ist alles viel heterogener, wie man sich das vorstellt. Es ist extrem heterogen. Und in den Primärtumoren sind die Zellen vielleicht in der Minderheit, die letztendlich dann in der Tochtergeschwülste vorhanden sind, sodass wir jetzt also auch die Tochtergeschwülste untersuchen müssen, um sie dann besser zu behandeln. Vielleicht dann auch mit deinen Methoden. Offenbar ist es also so, man weiß immer mehr, stellt aber dann immer fest, dass man immer weniger weiss, weil es eben immer differenzierter wird eigentlich. Und das andere, was Sie auch gesagt haben, ist ja, es gibt ja sehr erfolgreiche Therapien, aber das sind ganz wenige Prozent der Patienten, die an einem bestimmten Krebs erkrankt sind. Das heisst, wenn ich Glück habe, gehöre ich zu den acht Prozent mit diesem Krebs, wo dieses Medikament funktioniert. Und sonst bekomme ich dann trotzdem immer noch die große Keule. Ist das so? Und wie sehen da die Perspektiven aus? Also das ist vielleicht eine interessante Entwicklung, die wir jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren sehen. Früher hatte man gesagt, wir brauchen Medikamente für die häufigen Tumoren. Also das Mammakarzinom, das Lungenkarzinom, das Prostatakarzinom. Inzwischen gibt es keine häufigen Tumoren mehr, sondern wir kennen 20, 30 verschiedene Formen des Lungenkarzinoms. Und das ist wirklich interessant, dass wir jetzt mit unseren Genchips dort theoretisch 23.000 Gene analysieren können und dann diese Patientenmenge finden, die ein Prozent des Lungenkarzinoms ausmachen und diese dann gezielt behandeln. Also die Arzneimittelindustrien stellen Medikamente her, die vielleicht nur für fünf Prozent der Patienten mit Lungenkarzinom wirken. Aber das reicht aus und in diesen fünf Prozent haben wir wunderbare Ansprechraten. Und das Ziel wäre einfach, diese Ansprechraten zu erhöhen. Also für die anderen 95 Prozent dann auch den richtigen Schlüssel zu finden, wo man diese Schaltkreise dann ausschalten kann des Krebses. Und jetzt ist es ja so, wenn man das dann weiss, was wirkt, dann kommt man dann zu Ihnen, Frau Beck-Schema, und sagt so, jetzt nehmen wir diese Nanopartikel und jetzt bestücken wir sie mit diesem Medikament. Ist doch so. Ja, das ist theoretisch so. Ich muss auch sagen, diese Technologie hinkt natürlich schon noch arg hinten nach. Also das ist natürlich noch nicht so weit. Das wollte ich eben gerade fragen. Wo stehen Sie jetzt in der Forschung? Was beschäftigt Sie momentan? Also es gibt zugelassen in Amerika Nanopartikel, ein Chemotherapeutikum, das beim Mammakarzinom eingesetzt wird. Ich weiss nicht genau, wie oft, wie erfolgreich. Bei uns in der Schweiz nicht. Also ich glaube, wir stehen da sehr am Anfang. Nicht zuletzt auch, weil wir eben gar nicht wissen. Und zum Teil sind Präparate mit Nanopartikeln, zum Beispiel Kontrastmittel, die man eingesetzt hat, wieder vom Markt genommen worden. Ich glaube, das Problem ist, dass wir keine Resultate haben, keine Langzeitresultate. Dass wir auch nicht so genau wissen, was passiert mit den Partikeln, die dann nicht beim Tumor landen, sondern frei herumschwimmen etc. Da sind wir ja sozusagen bei den Chancen und Risiken, von denen wir vorher schon gesprochen haben. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir eben diese Nanopartikel im Körper haben und der Krebs ist dann weg. Idealerweise, weil wir genau wissen, wohin wir zielen müssen, aber die Nanopartikel sind auch da. Und was können denn die im Körper anrichten bei uns? Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, aber es kann gar nichts passieren. Das wäre natürlich toll. Sie sind einfach da, man sieht sie, aber sie machen nichts. Sie können eine Entzündung evozieren. Es kann Tumoren geben. Und da ist natürlich das Problem, die Zeitspanne ist ganz wesentlich. Schaue ich etwas an im Akutmodell oder eben muss ich zehn Jahre warten. Da ist man jetzt wirklich auch, versucht man auch Definitionen zu machen. Wie müssen diese neuen Medikamente oder diese Partikel getestet werden, bevor sie eine Chance haben, dann klinisch zum Einsatz zu kommen. Aber das machen Sie ja bereits auch. Also Sie untersuchen ja auch schon, was die anderen Partikel für Wirkungen haben. Richtig. Und was haben Sie da herausgefunden? Also wir haben natürlich ganz banal angefangen im Zellmodell über das Tiermodell. Und wir haben da sehr vielversprechende Daten, in denen mit dieser Art von Partikeln eigentlich nicht viel passiert. Wir haben auch in einem Tiermodell geschaut, über ein Jahr, wenn wir wirklich eine Unmenge von Partikeln applizieren. Wo findet man die Partikel? Gibt es noch Partikel? Gibt es da eben Entzündungen, Tumoren? Und das sieht sehr vielversprechend aus. Man findet gewisse Partikel, aber die scheinen nicht aktiv zu sein. Und das ist natürlich ein grosses Problem. Diese Partikel mit ihrer riesen Oberfläche, das ist günstig, wenn man etwas applizieren will. Aber entsprechend eben auch, wenn sie ungünstigerweise aktiv werden, könnten dann sehr viele Nebeneffekte evoziert werden. Eben Entzündung, Tumor etc. Aber zurzeit sieht das gut aus. Ich muss auch sagen, das ist auch toll in dieser Zusammenarbeit. Wir können natürlich unsere Versuche, die wir machen an der Zelle oder im Gewebe, die Beobachtungen, die wir machen, können wir natürlich nachher wieder ins Labor transferieren zu unseren Kollegen, die diese Partikel herstellen und denen sagen, das ist ungünstig, die Art von Oberfläche. Man muss, ich sage jetzt einfach etwas, zum Beispiel eine negative, eine positive Oberfläche gestalten, sodass diese Zellen aufgenommen, nicht aufgenommen werden etc. Und das ist das Faszinierende. Man kann da sehr erfinderisch sein. Und ich glaube, man kann auch gezielt, wenn man eine ungünstige Reaktion beobachtet, dann dies angehen. Was haben Sie gesagt, das gibt es jetzt also nicht. Sie würden jetzt mal sagen, die sind harmlos, die Nanopartikel. Das ist immer gefährlich. Haben Sie eine Erklärung dafür, Sie haben jetzt einmal keine Nebenwirkungen festgestellt zumindest. Gibt es eine Erklärung dafür, weshalb diese Offenbaris gut vertragen mit dem Körper, die Nanopartikel, die Sie einsetzen? Also eine ganz einfache Erklärung ist, ich habe erklärt, wir haben Eisen und wir haben Kohlenstoff. Das haben wir überall im Körper. Also das sind nicht irgendwelche Fremdmaterialien, die wir initiieren oder dann vielleicht eben gerne mal initiieren würden. Das ist das eine. Und dann eben durch die Oberfläche, man weiss natürlich, welche Zellen, so die Fresserzellen, die Makrophagen, dass das die Aggressiven sind, die in der Regel dann... die Partikel verschlingen und je nachdem eben dann auch getriggert werden zur Entzündung. So kann man also zum Beispiel schauen, dass die eben durch ihre Oberflächenbeschaffenheit gar nicht in Kontakt kommen mit den Makrophagen. Sie müssen einfach richtig designt sein, dass sie keine Probleme machen im Körper. Würden Sie sich denn selber solche Nanopartikel verabreichen? Im Moment nicht, nein. Aber das haben wir auch nicht bei den Patienten vor im Moment. Aber ich glaube, wir kommen in die Nähe. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass wir keine Ängste evozieren. Auch bei Ihnen nicht. Also wir kommen nicht jetzt, wenn Sie das nächste Mal hospitalisiert sind mit einer Idee, einer klinischen Studie mit Nanopartikeln. Da sind wir wirklich sehr weit davon entfernt, glaube ich. Aber was heisst das konkret, wie weit sind wir davon entfernt? Wann rechnen Sie, dass solche Nanopartikelbehandlungen auch in der Klinik Alltag werden? Das ist schwierig zu schätzen. Also ich glaube jetzt mit den Tumoren denke ich frühestens in fünf Jahren. Oder wir haben die ganzen Hürden dann, auch die regulatorischen Hürden, Regulationen bezüglich Nanopartikel. Das wird jetzt allmählich auch etabliert. Das ist neu. Auch beim BAG hat man sich jetzt damit beschäftigt. Wenn es dann in Richtung klinische Studien geht, was für Probanden, was für Patienten soll man da einsetzen? Das sind ganz heikle Themen. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Unmenge von Vordaten haben. Aber ist es dann auch vorstellbar, dass es eine Sackgasse ist? Dass man zum Schluss kommt, das war zwar irgendwann mal eine sehr verheissungsvolle Strategie. Und man hat jetzt aber gesehen, eigentlich ist es zu gefährlich. Könnte das auch sein? Oder rechnen Sie damit nicht mehr? Also ich glaube, man muss andersherum das sehen. Es hat jedes Medikament seine Wirkung, aber es hat jedes Medikament seine Nebenwirkung. Das wissen wir auch. Es sind Medikamente zum Teil ein, zwei Jahre auf dem Markt und werden wieder zurückgezogen, weil man, oder vielleicht auch nach zehn Jahren, weil man sieht, dass zum Beispiel das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist etc. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man dann wirklich nur diese Wirkung hat. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das ist die Frage, welche Patienten man dann angeht. Oder vielleicht Patienten, die wirklich keine andere Chance haben, von denen man weiss, die Partikel bleiben dann im Tumor, der Tumor verkleinert sich, die Partikel kann man nachher mit diesem Resttumor entfernen. Da sehe ich gewisse Chancen. Aber man wird immer Chancen und Risiken jetzt auch individuell abwägen müssen. Das habe ich auch bei einer Chemotherapie. Das kann man auch bei einer Chemotherapie verstärken. Natürlich, genau. Aber da geht es, glaube ich, darum, das ganz detailliert und sorgfältig zu evaluieren. Und eben da kommen dann natürlich wichtigere Leute dazu, wie die Onkologen. Die Testfrage bei Ihnen ist immer, würden Sie es selber nehmen? Und wenn Sie dann mal sagen, ja, das mache ich, dann können wir da auch mitmachen. Also die Blutreinigung, da stehen wir kurz davor. Da glaube ich, das würde ich mir machen. Das ist eine andere Anwendung, die wir heute Abend nicht sprechen. Aber da könnte man es machen. Gut. Ja, jetzt haben wir auch über die Vorteile dieser diagnostischen Genomanalyse gesprochen vorher. Da haben Sie uns auch gezeigt, was da die Vorteile dieser Analyse sein können. Diese Genomanalyse hat Schlagzeilen gemacht in einem etwas anderen Zusammenhang. Sie verwenden sie ja diagnostisch. Es gibt aber einen Trend dazu, eben auch Prävention zu betreiben. Und in diesem Zusammenhang hat die Genomanalyse eben tatsächlich auch Schlagzeilen gemacht. Nämlich insofern, dass sich die Schauspielerin, die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie, die wusste das. Es gibt in ihrer Familie ein gehäuftes Brustkrebsrisiko. Sie wollte aber genau wissen, wie hoch dieses Risiko ist. Sie hat sich eine solche Genomanalyse machen lassen. Und hat dann tatsächlich erfahren, dass sie eine Wahrscheinlichkeit, ein Risiko, Brustkrebs zu bekommen von über 80 Prozent hat. In der Folge liess sie sich dann präventiv tatsächlich beide Brüste amputieren. War dieser Entscheid sinnvoll, Herr Moch? Ja, das ist die Frage, die jeder Patient für sich oder jeder Betroffene für sich anders beantworten wird. Denn wir wissen bei Angelina Jolie, und da müssen wir Respekt haben, dass sie ihre Entscheidung auch an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass sie das den Medien kommuniziert hat, weil damit dieses ganze Thema auch der Gendiagnostik einen ganz anderen Stellenwert erhalten hat. Und dort hat sie sich jetzt zu diesem radikalen Eingriff entschieden. Manche würden sagen, bei 60 Prozent Risiko mache ich das nicht. Jeder Patient hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Aber das zeigt auch die ganze Problematik unserer Genanalysen. Wir haben das Recht auf Wissen, aber wir haben auch das Recht auf Nichtwissen. Will jeder sein Risiko kennen? Jeder würde anders entscheiden in so einer Situation. Manche haben dieses sehr hohe Risiko oder möchten das hohe Risiko nicht tragen, dass sich dann auch noch die Eierstöcke entfernen. Andere sagen, wir machen das jetzt nicht. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden. Wissen Sie denn, Herr Moch, wissen Sie, wie es bei Ihnen aussieht? Haben Sie selber eine Genomanalyse gemacht? Wissen Sie Ihre Disposition? Ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht. Man muss jetzt fragen, für welchen Zweck mache ich das? Es gibt jetzt Angebote von privaten Firmen. Es gibt Firmen, die sagen, wir analysieren ihr Genom für einen überschaubaren Betrag von 300 bis 400 Franken vielleicht. Aber dort kommt dann heraus, dass man vielleicht ein erhöhtes Risiko hat, mal einen Herzinfarkt zu erleiden. Oder ein erhöhtes Risiko, Alzheimer zu erleiden. Das können wir nachher noch gerne genauer anschauen. Aber ich möchte jetzt genau noch wissen, wieso Sie, wenn Sie jetzt schon damit arbeiten, weshalb Sie jetzt noch keine solche Genomanalyse gemacht haben wie sich selber. Die Frage ist immer... Wundert mich ein wenig. Jetzt treibt er mich aber in die Enge. Die Frage ist wirklich, was sind die Konsequenzen und was kann man dann damit machen? Sie wollen lieber nicht wissen. Nein, wenn ich jetzt wüsste, ich habe ein erhöhtes Risiko von 80% für ein Mama-Karzinom und der Gentest würde mir vielleicht sagen, ich hätte nur 40%. Dann würde ich es wissen wollen, wie hoch das Risiko ist. Aber in der speziellen Konstellation Angelina Jolie, sie wusste, sie ist Träger dieses Gens. Sie wird mal einen dieser Tumoren mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickeln. Das ist eine andere Konstellation, als wenn man jetzt in einer Familienanamnese... Eben, das ist wichtig. ...das nicht weisst. Da war ja schon eben diese familiäre Häufung. Das war eigentlich der Anlass, um das überhaupt genauer Wissen zu wollen. Das war die Konstellation bei Ihnen. Ja, genau. Frau Beck, wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich hoffe heute nicht damit. Ja, ja. Und ich würde es mir auch nicht machen lassen. Ich lasse mich nicht in die Hänge treiben. Und ich kann auch klar sagen, wieso? Ich könnte nicht mit dieser Wahrscheinlichkeit umgehen. Ich hätte dann immer das Gefühl, morgens, wenn ich aufwache, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 20% für was immer auch. Ich hätte Mühe damit. Ich bin jemand, der... Ich mag die exakten Wissenschaften, oder? Man kann Prävention betreiben, das mache ich auch. Aber, ähm... Wie sieht Ihre Prävention aus? Ja, zum Beispiel, äh, die ganzen Untersuchungen, ähm, Mama, gynäkologische Untersuchungen. Wenn man eine Risikokonstellation hat, von der Familie her, äh, was ja erwähnt wurde, würde ich jetzt zum Beispiel auch, je nachdem, man weiss auch beim Kolonkarzinom, dass man eben, äh, Darmspiegelungen macht, etc. Das ist jetzt bei mir zum Glück nicht so. Aber, ähm, mich würde das ja ziemlich beunruhigen. Und, ich muss auch noch sagen, das ist, ähm, mit vielen Sachen so, also auch, wenn man jetzt, ähm, du kannst mich korrigieren als Pathologe, dein Vorgänger hat mir das immer gesagt, wir kennen nie genau die Biologie einer Krebszelle. Ähm, diese Krebszelle kann sich vielleicht über 20 Jahre zu einer richtigen Krebszelle oder zu einem grossen Geschwür entwickelt haben. Äh, das kann aber auch, äh, innerhalb von einem Jahr geschehen sein. Ähm, ähm, also, das scheint mir etwas ganz, äh, Wichtiges zu sein. Das scheint mir auch wichtig zu sein in Bezug auf die Hoffnung, oder? Man weiss nie so genau, wir können auch heute, äh, du kannst mich gerne korrigieren, eben, man kann nie 100% eine Prognose geben. Also, ich möchte diese, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung nochmal aufnehmen. Also, ich kann ja, wenn ich eine 20%ige Wahrscheinlichkeit habe, Krebs zu bekommen, kann ich Krebs bekommen, aber auch, wenn ich eine 60%ige Wahrscheinlichkeit habe, und vielleicht habe ich eine 20%ige und kriege Krebs, und der mit der 60% kriegt aber keinen. Und es stirbt vielleicht vorher an irgendetwas anderem, bevor er den Krebs entwickelt hat. Also, das scheint mir das Problem zu sein, wie man dann damit umgeht. Also, was passiert denn da, wenn ich diese Wahrscheinlichkeiten kenne? Was kann ich damit anfangen? Also, das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, dass die Medizin der Zukunft wird komplizierter. Wir werden mehr Informationen haben und müssen für uns individuell Entscheidungen treffen. Und das machen wir aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten. Aber wie Sie sagen, für den Betroffenen sind es immer 100%. Aber mit dem Wissen um diese Prozentzahl geht jeder anders um. Und das wird die Aufgabe der künftigen Ärzte sein, diese Information einzuholen, diese Information mit dem Patienten zu besprechen und dann für den Patienten einen bestimmten Weg zu gehen. Also, es würde heißen, der Ärzte müsste wirklich eine Beratung leisten dann. Sind Sie dazu vorbereitet? Können Sie das? Oder muss das dann auch anders berücksichtigt werden, jetzt in der Ausbildung? Im Augenblick sind die klinischen Genetiker dafür ausgebildet, bei diesen Fragen der familiären Tumorerkrankungen. Also, das Beispiel Angelina Jolie. Das wird jetzt in Zukunft auch andere Fachrichtungen betreffen. Wir haben heute das Thema Krebs. Das Gleiche gilt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenzerkrankungen, anderes. Also, die Medizin der Zukunft wird zunehmend in die Beratung hineingehen und das persönliche Risikoprofil abzuschätzen haben. Und was heißt denn das für mich? Ich muss dann meinen Lebenswandel auf diese Prognose ausrichten. Das hoffe ich, machen Sie jetzt schon. Heute ist es ja eben sehr unbestimmt. Das ist auch nicht personalisiert. Sondern man versucht sich gesund zu ernähren, jeden Tag Wein zu trinken, zum Beispiel Sport zu treiben, was auch immer. Ja, das wissen wir eigentlich auch schon ohne diese Testungen, dass man das machen sollte. Das sind auch die Kritiker dieser Teste, die sagen, wir wissen eigentlich schon eine ganze Menge. Und wenn man ein bestimmtes Risikoprofil hat, kann man sich danach richten, wie gesagt, Sport zu treiben, das Glas Rotwein zu trinken. Das kann man auch schon machen. Aber andererseits, wenn man das über so einen Test noch mal gezeigt bekommt, schwarz auf weiss, motiviert das natürlich oftmals auch die Leute, mehr Sport zu treiben, wenn sie sehen, da habe ich ein speziell erhöhtes Risiko. Jolie hat sich jetzt therapiert. Sie hat einen Eingriff gemacht, machen lassen, obwohl sie gar noch nicht krank war. Jetzt stellt sich da in diesem Zusammenhang schon auch ein wenig die Frage, ob sich da nicht jetzt ein Geschäftsfeld auch auftut für Geschäftemacher, die ein Geschäft mit der Angst betreiben wollen. Eben, da werden ja auch Ängste wach mit diesen Wahrscheinlichkeitsrisiken. Auf die muss man ja irgendwie reagieren können. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es ja auch Angebote gibt, die auch darauf reagieren. Ist das ein Feld für Geschäftemacher? Können Sie sich vielleicht Sie beide sich das vorstellen auch? Also es ist klar, jetzt ein Markt entstanden. Das ist etwas, was wir in unserem Gesundheitswesen jetzt berücksichtigen müssen, dass diese Genom-Testungen oder Gentestungen zunehmen. Ich habe letzte Woche dort in diesen 20 Minuten gelesen, dass jetzt gerade dort in den Drogerien verkauft werden soll, solche Gentestungen. Sind die seriös? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, man darf, glaube ich, die Menschen jetzt nicht damit allein lassen. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was für die Ärzte gilt, aber für alle Anbieter dieser Testungen. Wie werden sie durchgeführt? Wie berät man die Patienten oder vom Prinzip noch nicht Patienten? Und da denke ich auch wieder, dass die Entwicklung so kommen wird, dass die Leute sich von solchen vielleicht unseriösen Angeboten abwenden und doch wieder zu Gruppen kommen, wo das so seriös angeboten wird, sprich ins Krankenhaus und zu Ärzten dort. Aber das ist immer ein Problem, oder? Wenn man ein Angebot hat, wenn das Ganze mal in Gang kommt, dann kann man das Rad nicht mehr zurückdrehen. Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann. Verhindern nicht? Ich denke auch, man müsste vielleicht in der Bevölkerung eher aufmuntern, bei Risikosituationen, familiären Risikoprofilen. Die Risikoprofilen, die vorliegen, denke ich, macht das wirklich auch Sinn, wahrscheinlich auch Sinn, dann präventiv sich einer Operation zu unterziehen. Aber einfach nur basierend auf Prozentzahlen, das finde ich sehr gefährlich. Ich bin jetzt sehr kätzerisch, oder? Wer sagt mir, das stimmt, das Resultat? Du als Pathologe kannst du das... Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir uns im Rahmen der Forschung mit diesen Dingen auseinandersetzen. Aber wie du richtig sagst, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten und die Technologie schon so weit fortgeschritten, dass das Angebot da ist. Und jetzt muss man schauen, dass die Gesellschaft lernt, damit umzugehen. Das ist eine Frage, wie der Gesetzgeber damit umgeht, wie die Öffentlichkeit damit umgeht. Es ist teilweise ja auch gute Sachen möglich. Es gibt also Angebote von Firmen, die solche Gentestungen anbieten, die eine derartige Datenmenge schon haben, weil alle Patienten, betroffenen Patientenorganisationen auffordern, dort hinzuschicken. Und die kriegen in kürzester Zeit so viel Informationen zusammen, wie wir es im universitären Rahmen nie zusammenbekommen würden. Und das ist jetzt eine positive Entwicklung, die man nutzen kann wiederum für die Wissenschaft. Diese Datenfülle. Diese Datenfülle. Aber wiederum auf der einen Seite haben wir das Individuum, was für sich entscheidet, ich möchte solch einen Test machen. Auf der anderen Seite brauchen wir den Datenschutz, wo man sagt, man darf nichts Unsachgemäßes mit diesen genetischen Daten machen. Also das ist die Balance, mit der wir als Gesellschaft im Augenblick umgehen müssen. Und was die Herausforderung sicherlich jetzt ist. Tut sich da nicht ein neues Problem aus in Bezug auf diese Gesundheitsdaten? Also dass die Menschen dann privaten Firmen nicht nur auf dem Internet ihre Daten zur Verfügung stellen, sondern auch noch ganz persönliche Gesundheitsdaten. Ich meine, wenn man das am Spital gibt, kann man damit rechnen, dass damit seriös umgegangen wird. Dafür gibt es ja heute keine Garantie, wenn Sie einer solchen Firma diese Daten schicken. Ja, aber das ist die individuelle Entscheidung des Betroffenen, der sagt, ich möchte jetzt dieser Firma meine Daten geben und dafür die Information zurück erhalten. Und jeder Einzelne möchte gern wissen, was mit diesen Daten passiert. Und das müssen wir im Krankenhaus genauso berücksichtigen. Wie machen wir den Schutz für die Daten und welche Möglichkeiten räumen wir der Wissenschaft ein, mit den Daten umzugehen? Teilweise haben wir in der Wissenschaft, obwohl wir äußerst akribisch und verantwortungsbewusst damit umgehen, größere Schwierigkeiten jetzt an solche Daten, Krankheitsdaten heranzukommen, als jetzt solche Firmen, wo die Proben freiwillig hingeschickt werden. Ich möchte noch etwas ganz anderes in dem Zusammenhang erwähnen. Ich frage mich auch immer, wie entwickelt sich zum Beispiel ein Patient über die Jahre, der weiss, dass er ein 50-prozentiges Risiko hat, einen Krebs zu bekommen. Wenn er das weiss und sich Sorgen macht zum Beispiel, hat er dann ein viel höheres Risiko, dass dieses Geschwür sich auch entwickelt. Oder eben jemand, der das gar nicht weiss, also umgekehrt formuliert, hat dieses negative Angst, das weiss man ja auch von Studien, dass das zum Teil gar kein guter Faktor ist, inwieweit das eben auch beeinflusst wird. Richtig. Also das ist sozusagen, wir dürfen den Menschen jetzt nicht nur auf sein genomisches Profil reduzieren, sondern ihn ganzheitlich müssen wir ansehen. Und da gehören diese von dir erwähnten psychologischen Dinge dazu, es gehört der soziale Hintergrund dazu. Also das Molekular ist jetzt nur das eine Komponente und jeder geht damit anders um. Aber wie gesagt, man hat auch das Recht auf Nichtwissen und das entscheidet der Einzelne für sich. Gut. Eine Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, die geht in eine etwas andere Richtung. Ich habe mir jetzt überlegt, eigentlich ist es ja wunderbar, dass man eben jetzt so gezielt Krankheiten bekämpfen kann in Zukunft. In Zukunft klingt erfolgsversprechend. Es klingt aber auch teuer. Also wenn wir davon ausgehen, dass jetzt für jede spezifische Art von Krebs ein Medikament entwickelt werden soll, das dann gezielt wirkt, toll, aber wahrscheinlich unbezahlbar. Ist das so? Es wird teuer. Das ist wahr. Die Medikamente sind sehr teuer. Teile dieser kosten bis zu 50.000 Franken in einem halben Jahr. Und man muss davon ausgehen, dass man diese Medikamente sehr lange nimmt. Aber ich sage, für jeden, dem es hilft, ist es das Geld wert. Und das Angebot wird da sein. Es ist sicherlich auch finanzierbar. Und die Möglichkeiten, die wir durch die Gentestung haben, ist, dass wir dann wirklich nur denen diese teuren Medikamente geben, wo sie wirken. Und nicht mehr denen, wo sie nicht wirken können. Und das ist der Vorteil, den wir haben durch diese molekulare Gentestung und diese Testung mit, wie gesagt, diesen kleinen Chips. Aber ich meine, die Gesundheitskosten, die sind ja sowieso schon am Explodieren. jetzt gibt es dann den Superboost, dann quasi irgendwie, wenn da noch im... Ich denke mir, durch die neuen Medikamente wird das teuer. Und das merken wir bei den Krankenkassenprämien in Zukunft. Ja gut, aber es wird auch immer wieder allgemein andere Medikamente geben, auch im Rahmen der Krebstherapie, die wahrscheinlich teuer sind, die jetzt schon teuer sind. Man kann auch andersrum argumentieren, wobei das dann ein anderes Budget ist. Wenn jetzt die Patienten gezielt behandelt werden, haben sie ja wahrscheinlich auch viel weniger Nebenwirkungen, müssen weniger hospitalisiert werden. und dort, denke ich, wiegt sich das vielleicht auf, obwohl das eben dann andere Kosten sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so zu einer Explosion kommt. Ich meine, wir haben ja auch, wenn man die ganze Transplantationsmedizin sieht, mit den ganzen Immunsuppressiva etc., das ist ja auch sehr teuer, war immer teuer, teuer und ich glaube nicht, dass sich da vieles ändern wird. Das ist meine persönliche Meinung. Gut, das werden wir dann sehen, ob wir uns das in Zukunft leisten können oder nicht. Und es wird auch interessant sein, zu sehen, was das dann politisch heisst, wenn man einfach sieht, dass die Gesellschaft nicht mehr finanzieren kann. Das ist ein Problem. Die teure Medizin, das können wir uns ja sowieso noch in den westlichen Ländern leisten. In Afrika geht das ja schon heute nicht. Jetzt haben wir gehört, dass wir dank der Fortschritte in der Medizin auch schwere Krankheiten immer besser bekämpfen können, auch Krebs zum Teil sehr gezielt. Das heisst, man wird in Zukunft auch schwere Krankheiten eher überleben. Man wird dann noch, mehr von uns werden noch älter werden. Was bedeutet denn das für unser Leben? Wie verändert das auch unsere Perspektive? Was bedeutet das zum Beispiel für Sie ganz persönlich, wenn Sie denken, dass die Medizin so tolle Fortschritte gemacht hat? Dass Sie wahrscheinlich eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben als auch Ihre Eltern? Also persönlich jetzt für all die Patienten, die ich kenne, die davon profitieren, das ist toll. Dass sie besser behandelt werden können, weniger Nebenwirkungen haben, eine bessere Lebensqualität, das ist etwas ganz Wesentliches. Aber man muss natürlich auch sehen, in den Spitälen oder allgemein in der Gesellschaft, wir haben natürlich immer mehr ältere Leute. Wir haben auch, wenn die dann doch hospitalisiert werden, wir haben keinen Platz mehr in der Klinik. Die Kosten darf man da, denke ich, das wirkt sich natürlich auch aus, aber das können wir nicht mehr aufhalten. Das hat sich so entwickelt und ich denke, das ist doch gut so, wenn man den Einzelnen sieht. Und da spreche ich natürlich aus der Perspektive des Mediziners. Aber dann kann man sagen, für den Einzelnen kann das ja sehr segensreich sein, für die Gesellschaft, das haben wir ja auch bei den Kosten angesprochen, kann es ja zu einem Problem werden. In the long run, we are all dead. Also wir werden an etwas sterben, an irgendeiner Krankheit. Wir sterben dann vielleicht nicht mehr am ersten Herzinfarkt oder am ersten Krebs, aber dann vielleicht am zweiten Krebs oder am dritten Herzinfarkt. Und dazwischen gibt es dann sozusagen mehr Lebenszeit für den Einzelnen, was schön ist, aber es gibt auch grosse Belastungen für die Gesellschaft. Das ist richtig. Was passiert denn hier jetzt in Zukunft, Herr Moch? Wie gehen wir damit um? Also ich glaube, es sollte unsere Aufgabe als Ärzte sein, für den Einzelnen die Krankheit zu behandeln und wenn möglich zu heilen. Da sind wir jetzt ein Stück weiter gekommen. Das ist etwas, was mich immer wieder antreibt als Forscher. Gerade solche Beispiele, wie wir es jetzt gesehen haben, mit dem schwarzen Hautkrebs, dass dort Patienten sechs, acht Monate länger leben, mag einer sagen, das ist jetzt nicht so viel. Aber für den Betroffenen, der noch seine Enkel sechs Monate länger erleben kann, ist das sehr viel Lebensqualität, Lebenszeit. Also für die Betroffenen sollten wir versuchen, das Beste zu machen und die beste Medizin anbieten, die es gibt. Und wenn man dann über die Jahre schaut, hat sich die Medizin jetzt unglaublich entwickelt. Gerade ältere Leute mit dem Herzinfarkt, die jetzt Stents haben, die dann doch noch viele Jahre länger leben können, ist das ein Erfolg und daran sollten wir weiter arbeiten. Das wäre schon fast so wie ein Schlusswort gewesen. Wir sind aber nicht ganz fertig. Also eigentlich haben Sie, was Sie jetzt ja gesagt haben, ist, dass Sie führen eigentlich einen ewigen Kampf gegen die Biologie, wenn man so will. Und eben man kann dann eine Krankheit überwinden oder zumindest eindämmen, bei gewissen Leuten sogar heilen und da kommt einfach die nächste. Sind Sie das auch so? Oder haben Sie das Gefühl, dass das irgendwann zu Ende sein wird? Dass wir dann 120 werden zum Beispiel? Wollen Sie das wirklich? Na gut, wenn ich jetzt gesund wäre, ich weiss nicht. Gesund wäre ich, glaube ich, gerne 120 werden. Vielleicht wäre es mir dann irgendwann langweilig. Das könnte ja auch sein. Dass man dann lange Weile stirbt. Ich glaube, wir kämpfen gegen Krankheiten, aber es kommen auch immer wieder neue Probleme auf. Und wir haben das auch schon bei anderer Gelegenheit diskutiert. Ich glaube, es gibt jedes biologische System. Das weiss man auch. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und dieses Ende werden wir vielleicht zeitlich ein bisschen verschieben können, aber es wird es immer geben. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir mal das Problem haben, dass alle 120 werden oder der Schnitt 120 ist. Und um das Thema oder den auch provokativen Titel des Tages aufzunehmen, gesund sterben, werden wir auch in Zukunft nicht. Ja, es gibt, man kann das nicht pauschalisieren, es gibt gewisse Leute, die gesünder sterben werden. Aber wenn man zum Beispiel gerade von der Schweiz nach Afrika geht, dann sieht man, das passiert dort überhaupt nicht. In unserem Oststandsland ist das vielleicht so. Aber es gibt weltweit immer noch Malaria, Tuberkulose, HIV, dort Säuglingssterberate, die extrem hoch sind. Da kämpfen die Leute immer noch. Ich glaube, für gewisse Patientengruppen vielleicht, aber sonst werden wir auch weniger gesund sterben oder stirbt man weniger gesund. Das ist sicher so. Wir haben auch gesund sterben als Stichwort. Was sagen Sie dazu? Ja, die Unsterblichkeit werden wir nicht erreichen. Aber wenn man jetzt die Gesellschaft anschaut, sind viele ältere Menschen gesünder als noch vor 20 Jahren. Und das ist auch ein Erfolg der Medizin. Und dort ist jeder investierte Franken in die Forschung sinnvoll gewesen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Krebserkrankungen, sondern auch viele andere Erkrankungen. Also wir sind schon im Alter gesünder. Und wir können viele Krankheiten jetzt besser angehen, besser heilen, aber wir werden nicht gesund sterben. Wir werden an anderen Krankheiten sterben und wir werden vielleicht doch die Zeit bis dahin verschiedene Leiden lindern können. Gut. Wir kommen eigentlich jetzt zum Schluss. dieser Diskussion auf dem Podium und jetzt haben Sie uns ganz viel erzählt. Jetzt dürfen Sie sich etwas wünschen und uns allen eigentlich auch. Nämlich Frau Beck-Schimmer, Herr Moch, wie sollte denn Frau Beck vielleicht zuerst eine Medizin der Zukunft aussehen, die uns allen zugute kommt? Schwierige Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiter versuchen, die Forschung voranzutreiben, dass wir wirklich, solange wir uns das leisten können, wirklich ein Maximum erreichen. Ich denke aber auch, und das habe ich vorhin angesprochen, dass wir eben über unsere Grenzen rausschauen sollten und unsere Gewinne auch in andere Längen bringen sollten, wo man wirklich noch mit ganz anderen Problemen kämpft. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein Wunsch. Ich glaube, wir leiden auf relativ hohem Niveau. Das heisst nicht, ich bin auch absolut begeistert von der Forschung, dass wir unsere Kenntnisse versuchen zu vertiefen, neue Sachen zu finden, aber dass wir auch den Weitblick haben, dass wir das auch in andere Länder bringen. die nicht diese Chancen haben, weil die würden extrem profitieren. Herr Moch? Also ich denke mir, wir werden in der Zukunft, wünsche ich mir, dass wir für jeden einzelnen betroffenen Patienten sehr individuell ein Therapiekonzept, ein Behandlungskonzept zusammenstellen können, dass wir so viel Informationen haben, dass wir da meistens richtig liegen, besser behandeln können und dass wir das, wie du sagst, nicht nur in der hochindustrialisierten Gesellschaft haben, sondern vielleicht überall. Also, jetzt wäre die Reihe an Ihnen. Wir hoffen, dass Sie doch eine oder andere Frage haben, die sich in gestellter des Gesprächs. Wo fangen wir an? Vielleicht da drüben. Sie kriegen das Mikrofon. Ich habe eine Frage an Frau Bär, und zwar mit diesen Medikamenten, mit den Nanopartikeln. Weshalb werden die nicht direkt initiiert, sondern zuerst auf die Partikel und dann mit Magneten an den Ort beispielsweise eines Karzinoms gebracht und nicht direkt dort initiiert? Was verstehen Sie unter direkt, dass man das direkt in die Vene spritzt? Nein, in das Geschwür, in den Tumor direkt. Das ist wahrscheinlich technisch relativ schwierig, aber das ist eine gute Frage. dann haben Sie den Effekt, diesen unglaublichen Effekt, dieser extremsten Magnetisierung nicht. Nämlich den Effekt, wenn Sie das kurz vor dem Tumor ins Gefäss initiieren, dass sich dann das auch noch überall um den Tumor verteilt. Oder wenn Sie das direkt initiieren in den Tumor, wenn das ein grosser Tumor ist, je nachdem, erwischen Sie vielleicht nur einen Teil des Geschwürs. Aber wie gesagt, da ist man natürlich noch ganz am Anfang. Vielleicht wird es irgendwann auch eine Kombination geben. Das ist ein guter Input. Ist das gut für Sie so? Dann weitere Fragen? Meine Frage geht gerade in die gleiche Richtung. Ich bin auch fasziniert von der Forschung und von Nanopartikel sowieso. Aber so wie Sie das schildern, die Anwendung der Nanopartikel, ist das ja eigentlich einfach eine etwas bessere Chirurgie. Und Sie platzieren den Magneten irgendwo hin und dort wird seziert. Sie haben ein besseres Kalpell. und natürlich Sie machen die Chirurgen Arbeitslosen, Ihre Anästhesisten. Wir haben nie mehr Arbeit. Aber wir haben doch eigentlich gelernt, dass diese Tumorkirurgie in sehr vielen Tumoren eigentlich das Ziel verpasst hat, weil eben die Zellen diffus sind im ganzen Körper eben schon irgendwo vorhanden sind. Dass man also mit der Chirurgie irgendwo nicht wirklich den ganzen Tumor erwischt und Ihr Konzept ist wirklich ein gezieltes chirurgisches Verfahren. Sie sprechen mir irgendwie aus dem Herzen. Nur muss ich aufpassen, ich muss ja morgen dann auch im Unispital wieder mit den Kollegen Chirurgen arbeiten. Wir haben beim Nationalfonds unser Projekt, das dort unterstützt wurde, das heisst Single Cell Surgery, eben mit unseren Nanopartikeln. Ich denke, die Tumoren sind oft so extrem komplex lokalisiert, dass auch die Technik nicht immer anwendbar ist. Ich sehe das aus meiner Perspektive, dass eben die Kombination, ich habe das eingangs erwähnt, dass man nicht resizierbare Tumoren so einfach verkleinern kann. Tumoren, die nicht operiert werden können, weil sie zu gross sind. Richtig, und nachher wird der Tumor resiziert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir wäre eigentlich wohler, wenn der Chirurge weiterhin noch aktiv wäre, gerade weil nämlich diese Partikel dann da drin sind. Die verschwinden ja dann nicht. Also unsere primäre Idee war, einfach die Größe des Tumors zu reduzieren und einen nicht resizierbaren Tumor operabel zu machen. Aber ich weiss schon, was Sie meinen. Das ist vielleicht, das wäre jetzt fast ein bisschen vermessen zu sagen, dass das dann nochmal die weitere Zukunft ist. Ich weiss es nicht. Aber es ist eine sehr gute Frage. Dann gibt es noch weitere Fragen? Ja, da hinten, bitte. Meine erste Frage, wie findet die Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie statt? Weil es ist ein Riesenaufwand. Sie müssen ja gezielt Medikamente entwickeln. Gibt es einen Austausch oder wie funktioniert das? Es gibt sicherlich einen Informationsaustausch. Es gibt gemäß den ethischen Vorgaben auch eine Zusammenarbeit, dass klinische Testungen gemacht werden von den neuen Medikamenten und parallel dazu die entsprechenden genetischen Tests. Das hat sich jetzt verändert und zwar auch in den letzten Jahren, während man früher erst das Medikament über Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien etabliert hat, ist der molekulare Test so wichtig geworden, dass man ihn zeitgleich mit dem Medikament entwickelt. Also in der Regel ist die Dauer für die Entwicklung eines Medikamentes über zehn Jahre. Also zehn Jahre intensive Forschung und dann Etablierung des Medikamentes im Markt. Und jetzt geht man davon aus, dass man parallel zum Medikament den molekularen Test entwickelt. Also das ist neu. Was die Zukunft bringen wird, ist noch fraglich. Auch da wird sich die Medizin verändern, weil früher hat man eben hunderte bis tausende Patienten testen müssen, ob ein Medikament anspricht oder nicht. Und jetzt haben wir eben nicht mehr diese großen Patienten Kollektive, weil wir eben das Individuum behandeln. Und das macht es jetzt so schwierig, ein neues Medikament in diesen großen Fallzahlen zu testen, so dass keiner weiß, wie die zukünftige Entwicklung da ist, wenn wir den Einzelfall als Test haben für ein neues Medikament oder wenige Patienten nur noch. Also die Pharmaindustrie geht jetzt Patienten Gruppen heran. Zusatzfrage zur psychologischen Entwicklung. Also wenn jemand weiß mit 50% dann braucht er psychologische Hilfe, weil bis jetzt sind die Ärzte ja nicht bekannt für gute psychologische Betreuung. Oder ein anderes Beispiel, jemand glaubt, am 13. ein Unfall passiert, dann ist das Risiko wahrscheinlich dreimal so hoch bei dieser Person, dass tatsächlich etwas passiert. Das heißt, das kann auch eine chemische Reaktion auslösen. Das Risiko steigt sogar, wenn er weiß, dass etwas passieren kann. Ich denke, die Frage war vorhin auch schon angeklungen, dass wir zunehmend auch diese psychologische Betreuung brauchen. Das gibt es dort Vorgaben, wie man das machen soll, aber das ist die Aufgabe, die wir haben dort. die Patienten eben nicht allein zu lassen mit dem Wissen um ihr Risiko. War ja das letzte Thema bei der Scientifika auch von der Universität organisiert, Risikoabschätzung und Risikoverhalten in der Bevölkerung. Gut, dann vielleicht noch eine letzte Frage, wenn es noch eine gibt. Ja, Sie. heisst bei Ihnen den Titel Gesund Sterben. Darf ich fragen, was heisst Gesund? Nicht die WHO-Defektion. Was heisst gesund? Sie haben den Titel gemeldet. Das hat mich auch der Prorektor Forschung gefragt, Herr May. Was? Was wir uns gedacht hätten dabei. Ja, Sie haben sicher nichts dabei gedacht, wir haben uns ja weiter gedacht. Das ist auch ein bisschen Provokation gedacht, aber es ging natürlich gerade um die Frage, dass wenn man mehr machen kann, Krankheiten besser heilen kann, ob das dazu führt, dass wir länger gesund sind und gesund sterben. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das wahrscheinlich nicht tun werden. Wir werden wahrscheinlich nicht gesund sterben, sondern an irgendetwas werden wir sterben. Oder, Herr Moch? Meinen Sie auch? Ja, es gibt ja die Aussage, auch Kranke können sich erheblicher Gesundheit erfreuen. Das ist wie man mit der Krankheit umgeht, ist auch sehr individuell. Gut, dann war es das schon wieder. Das wäre das Ende des heutigen Talk im Turm. Ich danke Beatrice Beck-Schimmer und Holger Moch ganz herzlich für das interessante Gespräch, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Talk im Turm, hier wieder am 20. Januar 2014, das Thema dann Männer und Frauen, wie groß ist der kleine Unterschied. Bevor Sie gehen, können Sie noch Gesundheit tanken bei uns an der Bar, Sie kriegen noch einen Vitaminshot, wenn Sie das wollen. Ich hoffe, Sie können nachher noch schlafen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Aufmerksamkeit.